Ich bin Lena Vogt und ich habe mich registrieren lassen, weil ich das von Anfang an sehr interessant fand und auch finde, dass das alles mehr Aufmerksamkeit verdient hat, weil es sehr wichtig ist, dass sich mehr Leute registrieren lassen, sodass mehr Leuten geholfen werden kann. Also ich habe am Anfang ehrlich gesagt etwas Angst gehabt, weil ich sowas noch nie wirklich gemacht habe und das nicht gewohnt bin, aber ich habe dann weggeguckt und dann war alles gut. Das war auch halb so schlimm. So wird die Kartei immer größer und die Wahrscheinlichkeit, dass man einen passenden Spender findet, erhöht sich auf.